Wenn wir den Begriff Pflegegrad hören, dann denken wir meist an ältere Menschen, an Senioren. Aber wusstest du, dass du einen Pflegegrad auch für ein chronisch krankes oder behindertes Kind beantragen kannst? Das ist möglich und du kannst damit bis zu 900 Euro monatlich an Pflegegeld bekommen. Es lohnt sich also. Was musst du aber tun, um diesen Pflegegrad für ein Kind zu beantragen und was solltest du beim Antrag beachten? Das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Also bevor du jetzt einen Pflegegrad beantragst, solltest du ein paar Dinge wissen. Und die möchten wir dir in diesem Video zeigen. Und zwar erstmal, was ist der Pflegegrad und welche Stufen gibt es? Wie hoch ist das Pflegegeld, mit dem du rechnen kannst? Wie stellst du eigentlich den Antrag und bei wem? Was für Fragen stellt dir der medizinische Dienst bei der Begutachtung? Und wie kannst du dich darauf optimal vorbereiten? Und zuletzt noch, wie kannst du den Pflegegrad deines Kindes nachträglich erhöhen? Also starten wir mal mit dem Thema Pflegegrad. Welche Stufen gibt es da überhaupt und was ist das? Allerdings wird der Pflegegrad für Kinder anders berechnet als für Erwachsenen, weil die Kasse eben davon ausgeht, dass auch kleine Kinder normalerweise Betreuung brauchen. Und der normale Betreuungsaufwand wird sozusagen mit dem Pflegeaufwand abgeglichen. Die Pflegekasse erkennt nur das an, was über den normalen Aufwand hinausgeht. Also wenn ein Kind zum Beispiel eine geistige Behinderung hat oder auch wenn es autistisch ist. Allerdings gelten für Kinder, die unter eineinhalb Jahre alt sind, besondere Regeln. Denn Kleinkinder haben sowieso einen höheren Pflegeaufwand. Ab dem elften Lebensjahr wiederum werden Kinder so behandelt wie für Erwachsene. Also da wird der Pflegegrad gleich berechnet. Und wenn sie unter 18 Monate sind, erhalten sie automatisch einen Grad höher, als die Begutachtung ausfällt. Auch wichtig zu wissen. Wie hoch fällt also das Pflegegeld aus? Wir haben hier eine Übersicht, die gilt für das Jahr 2022. 2022 bekommst du für Pflegegrad 1 0 Euro, also gar kein Geld. Für Pflegegrad 2 bekommst du bis zu 316 Euro pro Monat. Beim Pflegegrad 3 sind schon 545 Euro. Pflegegrad 4 sind 728 Euro pro Monat. Und beim höchsten Pflegegrad, Pflegegrad 5 bis zu 901 Euro. Wenn dein Kind nun bei Pflegegrad 1 eingestuft wird, dann hast du zwar keinen Anspruch auf Geld, aber du kannst eine sogenannte Entlastungsleistung, zum Beispiel eine Haushaltshilfe beantragen. Mehr dazu in unserem anderen Video. Wie beantragst du nun überhaupt den Pflegegrad? Zunächst mal kannst du den Antrag bei deiner Krankenkasse, also der Krankenkasse deines Kindes, stellen. Und das ist egal, ob das gesetzlich oder privat versichert ist. Es ist zwar eigentlich die Pflegekasse dafür zuständig, aber du kannst es auch bei der Krankenkasse einreichen und die gibt es dann sozusagen weiter. Das heißt, du musst es erstmal einfach nur anmelden. Also entweder du schreibst einen Brief hin oder ein E-Mail. Wichtig ist aber, dass du einen Nachweis darüber hast, wann du deinen Antrag eingereicht hast. Denn später wird das Pflegegeld rückwirkend zu dem Tag berechnet, an dem dein Antrag eingegangen ist. Also achte darauf, dass du entweder einen Einschreiben mit Rückschein schickst oder wenn du es per E-Mail machst, eine Empfangsbestätigung anforderst. Meistens schickt dir dann die Krankenkasse ein Formular zu und das füllst du dann aus. Und da ist es wichtig, füll dort nicht einfach irgendwas aus, wenn du nicht genau weißt, was du reinschreiben sollst. Denn wenn du was falsch ausfüllst, kann die Krankenkasse nur deshalb schon den Antrag ablehnen. Also lieber leer lassen und im Nachhinein ausfüllen, als was Falsches reinzuschreiben. Um den Pflegegrad dann zu beantragen, kommt der medizinische Dienst oder bei Privatversicherten MedicProof bei dir zu Hause vorbei und schaut sich dein Kind an. Der medizinische Dienst oder eben MedicProof ist verpflichtet, innerhalb von fünf Wochen einen Termin mit dir auszumachen. Wenn nicht, bekommst du eine Entschädigung. Was für Fragen stellt nun der medizinische Dienst? Am besten bereitest du dich darauf vor, denn die sind, sagen wir mal, nicht unbedingt in normalem Deutsch formuliert. Du kannst das mit einer Pflegefachkraft durchsprechen oder den Online-Pflegegrad-Rechner anschauen, den wir unter diesem Video verlinken. Dann hast du ein ganz gutes Gefühl dafür, mit was für Fragen du rechnen sollst und kannst auch schauen, welcher Pflegegrad euch wahrscheinlich zusteht. Ein paar Tage bevor der medizinische Dienst kommt, sollten es schon mal alle Befunde, Diagnosen, pflegerische und therapeutische Leistungen oder Krankenhausberichte zusammensuchen und alle auf einen Stapel legen und bereitlegen. Und du hast auch bessere Chancen, wenn du ein sogenanntes Pflegetagebuch führst. Also wenn du genau aufschreibst, was du für dein Kind täglich tust, was über das normale Maß hinausgeht. Der medizinische Dienst schaut sich dann insgesamt sechs sogenannte Module an. Das sind einmal die Mobilität, die kognitiven Fähigkeiten, die Verhaltensweisen von deinem Kind, wie gut es sich selbst versorgen kann, ob es Belastungsbewältigung leisten kann und Alltagsleben und Kontakte. Also insgesamt sind das 64 Fragen, aber keine Angst, meistens dauert der Termin unter zwei Stunden, meist sogar unter einer Stunde. Es kommt jetzt also darauf an, wie viele Punkte du erreichst und das ergibt dann den Pflegegrad. Also schauen wir uns das mal an. Du brauchst zum Beispiel für Pflegegrad 2 27,5 bis 47,5 Punkte, für Pflegegrad 3 bis zu 70 Punkte, für Pflegegrad 4 schon bis zu 90 Punkte und über 90 hat dein Kind dann automatisch Pflegegrad 5. Allerdings fließen bei den Modulen nicht alle gleich in die Gewichtung mit ein, sondern Modul 2 und 3, je nachdem es mehr Punkte gibt, wird höher gewichtet. Das solltest du also unbedingt beachten. Es ist auch manchmal hilfreich, wenn du einfach noch andere Eltern fragst, wie das bei ihnen gelaufen ist, die das Ganze vielleicht schon hinter sich haben. Zum Beispiel findest du bei uns in der Community viele Eltern, die dir dann nützliche Hinweise geben können. So, wie bereitest du dich jetzt vor auf die Begutachtung? Nun, mach dir vor allem keinen Kopf. Viele Eltern machen sich zu viel Stress oder sie versuchen, dass alles perfekt aussieht, aber genau darum geht es ja nicht. Denn es geht ja darum zu zeigen, was dein Kind nicht kann und wie du es im Alter unterstützt. Also mach dir lieber in Ruhe vorher ein paar Stichworte. Versuch nicht alles zu perfekt aussehen zu lassen und sorge vor allem für Ruhe. Schau, ob du Geschwisterkinder, wenn du welche hast, vielleicht woanders unterbringen kannst, sodass du wirklich die voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren kannst. Und mach dir eben vorher bewusst, dass der Fokus darauf liegt, was dein Kind nicht kann. Das ist aber keine Abwertung. Dein Kind ist einzigartig und toll, wie es ist. So, nachdem der medizinische Dienst da war, bekommst du die Beurteilung. Und kannst dann eben rückwirkend zum Tag der Antragstellung das Geltend machen, zum Beispiel, was du für Pflegedienste ausgegeben hast. Wenn du jetzt nicht zufrieden bist mit dem, was du bekommen hast, kannst du dein Kind auch höher einstufen lassen, indem du Widerspruch einlegst. Dafür hast du einen Monat Zeit. Zum Beispiel, wenn dein Kind beide Arme und Beine nicht benutzen kann, also es geht hier nicht um Bewegen, sondern wirklich benutzen, um zum Beispiel zu essen, dann hat es automatisch Pflegegrad 5. Dann kannst du Widerspruch einlegen, und zwar schriftlich bei der Pflegeversicherung. Bei sowas unterstützen dich auch Sozialverbände wie der VdK. Du hast übrigens auch das Recht, alle sechs Monate eine Höherstufung zu beantragen, wenn sich der Pflegeaufwand für dein Kind deutlich verändert hat. Am besten forderst du dafür das Gutachten vom letzten Mal an und kannst dann ganz genau zeigen, an welchen Stellen sich was verändert hat. Das sind also die wichtigsten Dinge, die du wissen solltest, bevor du den Pflegegrad beantragst. Und nochmal der Hinweis, am besten informiere dich, bereite dich auf das Gespräch vor, bewahre Ruhe und wenn es anders ausfällt als gedacht, hol dir Unterstützung. Wir freuen uns natürlich, wenn du diesem Video ein Like dalässt und diesen Link auch weiterschickst. Vielen Dank!